Ich sollte meinen Augen eine Pause gönnen. Und da wären wir. Gucken wir mal, ob unsere Rüstung fertig ist. Ich bin noch nicht fertig. Es kann auch ein bis zwei Tage dauern. Na gut. Das kann weg. Den Ring kann man nicht verkaufen. Oh, man kauft nur Edelsteine und keinen Schmuck. Na gut. Bastardschwert weg, Speer weg, Flegel weg, Kettenhemd weg. 20.000 Goldmünzen. Und du hast nix. Wurfpfeile benutze ich nicht. Den Deutsch brauchen wir auch nicht. Alle werden weg. Hm. Der Stein aus dem Brunnen. 75 Goldmünzen. Hätte das irgendein normaler Bürger rausgeholt, hätte davon ein paar Wochen leben können. So, die Smaragde. Hm. Na gut. Ich verkaufe die jetzt. So. Hast du noch was, was wir gebrauchen könnten? Eine Schnellschussarmbrust. Eine Schnellschussarmbrust. Etw 0 plus 1 nur. Unsere hat ja plus 5. Dafür drei Angriffe pro Runde. Naja, aber die benutzen beide ein Schild. Das heißt, die können die Abendbrust nicht benutzen. Wenn ich noch ein, zwei gute Zweihandwaffen finde, dann könnten wir uns die auch noch holen. Aber bis dahin lohnt sie nicht. So. Und sonst. Naja. Ganz normale Pfeile für immerhin. Obwohl. Pfeile plus 2 kosten gar nichts. Aber kaufen wir dir mal ein paar ordentliche Pfeile. Und genauso auch für Dünner hier und Schahira ordentliche Steine. Dass man da nicht immer so drauf achten muss. So. 150 sollen erstmal reichen. Und Kugeln plus 1 nur. Na gut. Ja. Also ich kaufe erstmal eine ganze Weile Steine ein. Und danach. Nein. Keine Lederrüstung. Und danach mache ich mich auf zur hohen Hecke. Um wieder die Schmuckstücke und die Tränke und so weiter verkaufen zu können. Und nachdem ich das gemacht habe, melde ich mich wieder. Bis dahin überlege ich mir auch, wie genau ich mit dem Let's Play jetzt weiter fortfahre. Also ob ich jetzt das Addon schon anfange oder nicht. Also gut. Bis dann. Da wären wir wieder in der hohen Hecke. Und ich habe es mir jetzt überlegt. Das heißt. Ähm. Ich werde das Addon nicht anfangen. Weil es gibt noch so viele Bereiche hier, die wir nicht entdeckt haben. Äh. Vor allem in Baluos Tor. Ganze Stadtteile nicht. Und das wäre schon schade, wenn man es einfach so überspringen würde. Nur weil ich ein bisschen ungeduldig werde. Wenn das Addon angucken will. Weil das Addon habe ich fast noch gar nicht gespielt. Das gab es damals nicht. Und als es rauskam, hatte ich nicht mehr wirklich so Interesse dran. So. Aber ja. Ich werde mich dann ein bisschen gedulden. Und hier erstmal die Nebenquests zu Ende machen. Baluos Tor zu Ende erforschen. Und so kommt halt auch ein bisschen Gold zusammen und Erfahrungspunkte. Das wird ja eh übertragen ins Addon und in den zweiten Teil. Das heißt, Schaden tut es auf keinen Fall, dass ich hier länger mache. Im Gegenteil. Das hilft sogar ein bisschen. So. Das kann auch weg. Den habe ich bisher auch nicht benutzt. Die Spiegelaugen wollte ich behalten. Auch wenn wir bisher noch keinem einzigen Basilisken begegnet sind. Aber gut. Unerfindbarkeit. Nö. Das kann auch weg. Das kann alles weg. Rubinring 875. Ist der was besonderes? Nö. Einfach nur teuer. Das kann auch alles weg. Ja. Die Skype kann auch weg. Die 200 Goldmins oder was die durch die Lappen gehen. Die sind momentan sind nicht egal. Wir haben schon wieder 21.000. Das war es jetzt aber, oder? Ah, schaut so aus. Okay. Der Stab kann auch weg. Den benutze ich auch nicht. Den Verwandlungsstab wollte ich schon noch behalten. Schutzformel gegen Feuer. Ist das ein Einwesen oder die Gruppe? Das habe ich immer noch nicht getestet. Genauso wie bei der Schutzformel gegen Untote. Wenn das die ganze Gruppe wäre, dann wäre es extrem praktisch, wenn wir gegen Mager kämpfen und die Feuerbälle schmeißen. Oh, oh. Der ist ja dreist. Wenn wir den Stab des Frostes zurückkaufen wollen, will er 12.000 Goldmüssen dafür haben. Verkauft haben wir es für 800. Das ist eine nette Gewinnspanne. So, hat er noch irgendwas? Das sind alles Sachen, die wir verkauft hatten. So, hier sind lauter Sachen, die ich nicht mochte. Schädelfalle. Fügt einem im Umkreis von 9 Metern Schaden zu. Der Schaden entspricht 1 bis 6 pro Stufe. Also genau wie Feuerball. Ja, man kann genauso die eigenen Gruppenmitglieder verletzen. Macht für mich also nicht so viel Sinn. Trank der Spiegelaugen. War das nur auf eine Person? Wer diesen Trank einnimmt, ist vor allen Arten der Verständigung geschützt. Hm. Na gut, aber solange einer das trinkt und der vorläuft und die Basilisken ihn angreifen, dann reicht das ja auch. Machen wir mal ein paar Kugeln plus 1, die nehme ich mal mit. Die anderen haben wir fast aufgekauft, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann schauen wir uns weiter in Baldur's Tor um. Ja, machen wir mal. Die Rüstung hier braucht ja wohl noch eine ganze Weile. Und das ewige Hin- und Herreisen zwischen Baldur's Tor und Birgost dauert lang genug. So. Bye-bye Fleisch-Groblems. So, da geht's raus. Flint. Was? Oh. Knolle mit nem Nagel. Viele Knolle mit dem selben Namen. Das kann eben nicht stimmen. Ah, aber die können nix. Oh. Schlafen sollten wir auch lange sein. Ihr werdet alle sterben. Ja, flieh, flieh. Oh. 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 Oh, da ich hatte einfach noch viel Glück. Hm. Unsichtbarkeitstrank, das ist mal praktisch. Ja, ich fange jetzt schon wieder an Tränke zu sammeln, die nachher das Inventar vollstopfen. Dessen bin ich mir voll aufbewusst. So, alle beisammen. Ja. Dann schlafen wir nochmal. Ah. Wow. Feuerballzeit. dahin der rest bleibt stehen aus und abwarten wurde unterbrochen das ist doch doof muss ich den stab ist mir gleich ich will da jetzt ein feuerball sehen der kommt verdächtigt nah und alle erwischt ja so lobe ich mir das nein jetzt aber schlafen denkbar ungünstiger zum schlafen gehen also ich sollte mal wieder einschalten da wir schlafen kann ruhig bei zauber verbrauchen ja wir gehen gleich schlafen schlafen so und dritter versuch nein natürlich nicht noch mal und tote na das hat er noch bekommen festhalten und krank stürte düster schrecken man merkt schon meine stimme wie enthusiastisch ich dabei bin am helllichten tag geht es auch noch so ein versuch hier nach noch wenn es dann nicht klappt dann reise ich ganz bis nach baldurs tor egal wie viele jungen rumjammern und sucht mir dann gasthaus das geht langsam echt nicht abends so schlafen habt ihr diesmal geschafft eine wache aufzustellen super so und wir gehen nach baldurs tor also hier war der eingangsbereich mit dem magierladen und einer taverne glaube ich hier flammende faust eisenthron sieben sonnen hier war der tempel der amber lee und ich glaube dass he das haus von rage fast dem mächtigen magier der seine macht dazu benutzt eine halb nackte nympfe zu beschwören was wohl in irgendeiner form illegal ist und da wurden wir gebeten mal nachzuschauen das können wir machen wenn ich jetzt im richtigen gebiet gelandet bin sieht nicht so aus und sie sind schon wieder müde ok sie sind auch einen tag und vier stunden gereist ist irgendwie dann nachvollziehbar hier haben wir ein kai aber wo war das haus dann ich war mir ziemlich sicher dass es hier ist unterwegs können auch schön die augen aufhalten nach dem kleinen jungen wenn ein kleiner junge wirklich akkurat ist es kann ja auch sein dass sie einfach nur ihren sohn kleinen jungen nennt und dabei ist es ein 30 jähriger riese hallo jünger mensch wie geht es denn an diesem schönen tag ihr seid wohl für einen spaziergang am dock hergekommen ja es gibt keinen besseren ort zum nachdenken ich bin schon oft an diesen geländern und brettern vorbeigegangen und da sind meine sorgen weggeschwemmt worden interessiert uns eigentlich nicht wirklich ich habe keine zeit mit euch zu reden wie ihr wünscht wenn ihr die geduld aufbringt euch etwas über die vergangenheit anzuhören sieht eure zukunft mit sicherheit trübe aus ja wir müssen nur den taten vollbringen da wollen wir nicht unbedingt seemannsgarn hören dann schauen wir mal das nächste gebiet aber es war auf jeden fall im süden der stadt oder naja so viele gebiete haben wir noch nicht aufgedeckt also hier war es mit 50 prozentiger sicherheit nicht da waren nur diese beiden dinger da also der tempel und das museum gucken wir mal die mitte das haus wo man abstürzt das anwesen von oberon nee fast auch nicht doch da ja ja haus von reich fast schauen wir jetzt einbrechen müssen um was gutes zu tun oder für so reinkommen ich glaube das war nämlich abgeschlossen das heißt wir brechen jetzt einfach in das haus eines mächtigen magiers ein nur weil eine frau eifersüchtig war obwohl sind wassernymphen wirklich immer von grund auf böse wenn ja hätten wir einen grund rein zu gehen weil dafür sie nicht haben und wenn sie gut sein können dann hat er jemanden beschworen und versklavt der halt gute gesinnung ist was auch böse wäre also so oder so ein da oder auch nicht im moment knack mal die tür bitte und wir speichern vorsichtshalber mal ab so 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 so